Komm, wir gehen einfach nach Hause. Ja, ja, wir gehen nach Hause. Jetzt dürften wir auch zu Hause genügend Trockenfutter haben, äh, Trockenfleisch, dass wir eventuell einen Trip in die Höhlen vorbereiten können. Wo bist du? Da. Warte, nicht so ganz so schnell. Ich will noch Stöcke sammeln auf dem Weg. Achso. Ja, das stimmt. Das ist wichtig. Aber hier gibt es auf jeden Fall auch Rehe. Das ist wichtig zu wissen. Ah, gut. Ja. Bist du bei mir? Ich bin bei dir. Was hältst du davon, wenn wir hier über diesen Weg einfach mal, äh, eine Holzpalisade bauen? Wir können ja drumherum schwimmen, aber die Eingeborenen machen das in der Regel nicht. Boah. Boah. So. Erstmal trinken. Schönen wir mal in den Beutel auf. Hä, wo hast du den Baumstamm denn jetzt her? Wer war der noch? Ah, okay. Ach. Gut. Dann gehe ich mal ganz kurz nach oben und hacke mal nochmal zwei, drei Bäume. Ein, ein Regenbogen. Yippie. Und hacke nochmal ein, zwei Bäume um. Komm mit hoch. Kann ich nämlich, äh, noch mal nach Ästen gucken. Hier sind auf jeden Fall nochmal Äste. Sehr gut. Neue Blätter, warum auch? Für den Sack brauchst du Seil. Und das Seil gibt es doch da hinten in dem eingeborenen Dorf, oder irre ich mich? Ja, in Koffern und so, ne? Beziehungsweise halt mit Cloth kann man das machen. Ja. Ja. Baumfeld. Timber. Hier sind überhaupt nicht neue Äste. Was erzählst du denn da? So, ähm. Gehst du zum Dorf? Hm, hm. Sag mir hier, Äste. Okay. Baumfeld. Was denn? Ach, nix da. Ich hab ganz komisch gehauen hier gerade. So. Hä, wo ist er denn jetzt? Wo ist denn jetzt mein Wagen? Hallo. Ach, da. Ich wollte gerade sagen, da, wo du ihn hingestellt hast. So, da haben wir hier nochmal zwei Baumstämme. Da war noch einer. Puh. So, ähm, mehr passt hier nicht drauf. Gut, okay. Komm da mal noch so mit zwei mit. Ja, erstmal Wand zu Ende bauen, ne? Ich fasse es nicht. Wir müssen nur die Wand, wir müssen auch da Dings nochmal machen. Was? Was fährst du nicht? Nix, äh, irgendwann fahre ich mir das Kabel durch. Wieso? Wie kommst du denn da drauf überhaupt? Weiß ich nicht. Ach so, warte mal. Ich wollte ja, ich hab ja jetzt hier Zeug. Ach, scheiße. Ich hab noch einmal kleines Roßfleisch, das werde ich mal eben braten. Ach, Moment, da sagst du was. Pass auf, dass du da keinen Spot irgendwo hinschmeißt. Puh, äh, ja. Könnten zur Not an noch eins bauen. So, ja, ich glaube, wir brauchen auch noch ein Rack. Ich hab jetzt durch die ganzen Krokodile und so weiter so viel, dass ich da definitiv noch, äh, Fleisch zum Aufhängen habe. Äh, wo drunter finde ich denn das nochmal? Hier, da drunter, ne? Trocken, ist das dieses Trockengestell? Ja, ja, genau. Na, ach. Bin gerade am überlegen, ob ich noch Vogelhäuschen baue. Äh. Aber wenn, wohin? Können die ja an die Wand bauen eigentlich, ne? Die du hier baust. Müssen wir zwar eventuell wieder neue bauen, wenn die wieder eingerissen wird, aber dann haben wir wenigstens. Was? So kann ich mir hier hinten nichts mehr hinhängen. Wo willst du was hinhängen? Ja, ich kann hier hinten irgendein... Hä? Ich kann hier nur fünf Teile hinhängen. Bei den anderen Crying Racks hängt da noch was. Warum? Weißt du nicht mehr? Vielleicht. Hä? Dann muss das noch was. So. So, habe ich denn jetzt genug Federn? Oh, ich habe jetzt 10 Federn. Ja, ich hatte inzwischen auch ein paar noch. So, jetzt fehlen mir aber wieder Äste, um Pfeile zu machen. Komm her. So. Gib mir den. Ja, komm. So. Hihi. Ja, und ein Vogelhäuschen. Also, ich muss mal ganz kurz hier ins Wasser. So. Hallo. Auch noch ein Vogelhäuschen. Okay. Soll ich mal ganz kurz in das Dörfchen gehen und nach Seil gucken? Kannst du machen, aber ich fürchte, die sind immer noch zu. Was? Die sind zu? Ja. Die Koffer. Ach so. Nee, ähm, da hängt doch, da hängt so, ähm, ein Strick von den Fischhütten. Das ist Seil. Lass uns doch Windern zusammenlegen. Ja. Dann möchtest du gerade noch mal abholzen. Da unten ist aber eventuell auch noch was. Aber wir können ja dann da runter später gehen. Also in den Koffern meine ich jetzt. Ja, nur mal gucken, ob da jetzt neues, irgendwie neues Seil, weil da hängt dann immer von oben, hängt dann irgendwie so ein Seil runter. In einer der Hütten meinst du, oder was? Ja, von vorne. Von vorne? Ja, pass auf. Da wo dieser... Zeig's dir gleich. Hier. Hier. Einmal. Oh, neues... Oh, neue Kleidung. Habe ich jetzt einen Anzug an? Zeig's dir. Nee, so ein Pullover. Wieso ist nun dieser Koffer wieder... Was soll denn das? Das ist doch verarsche. Da ist nichts drin. Hier war ein Laptop. Oh ja, das ist gut. Das sind Elektro... Hier ist ein Seil. Hier zum... So eine Aufhängschlaufe. Guck. Hier. Mhm. Da ist immer noch nicht geguckt, wegen dem... Kannst du jetzt eigentlich ein... Da ist nichts drin. Du hast doch jetzt mehrere Rehfälle. Das meine ich. Deswegen habe ich immer noch nicht geguckt. Ja. Steinbeuter, Hasen... Hasen? Nein, nicht Hasen. Jetzt sind... Wo sind sie denn? Reingeborene. Hä? Ach da. Wasserschlauch... Wasserschlauch. Zweimal Reh, einmal Seil. Yippee! Hast du noch mal Rehfälle? Brauchst du auf den Wasserschlauch? Wäre schon gut. Ach warte, ich habe nur ein Rehfälle. Dann gebe ich dir das so. Ja. Du bist nur. Ich... Juhu! Zweimal Rehfälle, einmal Seil, ne? Hm, Krokodil. Ja. Ja. Bleibst du denn stehen, du blödes Ding? Du hast drei Pfeile von mir im Körper. Das geht so nicht. Die Böse. So. Eigentlich nur wegen den ganzen Pfeilen. So. Und... So. Aber mehr Kloth habe ich jetzt trotzdem nicht. Nee, Kloth. Aber vielleicht findet man ja vielleicht noch was in den Höhlen drin. Toll, ich habe unglaublich viel rohes Fleisch. Das ist echt. Dann bau doch noch so einen Drying Rack. Hast du doch schon, ne? Ich bin gar nicht da. Wir sind nicht da. Ja, wo bist du denn eigentlich? Nicht da. Ich sehe dich nicht mehr. Das ist das Problem. Ich bin am Weg zu dir. Okay. Ach da, ich sehe dich wieder. Hi. Komm, wir gehen nach Hause. Jo. Dann brauche ich noch einen Drying Rack und dann können wir das Fleisch aufhängen. Mhm. Wieso schleichen wir? Weil da hinten eingeborene war. Ich glaube, wir brauchen nicht mehr zu schleichen. Können wir rennen? Ja, ich denke schon. Lass uns hier runtergehen. Okay. Dann können wir unten gucken. Ob hier irgendwo noch verschlossene Koffer sind, ne? Ja. Ah, meine Güte. Ist aber nichts, ne? Nee. Mann, Mann. Irgendwie nicht. Tja, okay. Jetzt noch einen Drying Rack bauen. Dann alles Zeug aufhängen. Da müsste man ja gucken, was man dann macht. Oh, ich bin total fertig. Hä? Ja, mit dem Laufen. Außer Atem. Ja, auch. Ich habe vor allem auch kein... Ich muss was essen, sonst... Ja. Wird halt auch nicht besser so schnell. Oh, ich kann hier auch immer... Ich kann hier auch immer... Ich kann hier schon wieder nur vier Stück aufhängen. Das ist wahrscheinlich, weil das größeres Fleisch ist, vermutlich. Ach so. Oh, weiß ich denn, wie voll mein Wasserschlauch ist? Ah, jetzt ist er voll. Okay. Ah, toll. Jetzt habe ich auch... Also, ja, den Wasserschlauch, den muss ich natürlich mal ausrüsten und kombinieren. Wo sind denn jetzt hier die... Ne, hä? Wo bist du? Such gerade... Ach, da sind die. Wo bist du? Ich habe gerade... Ich wollte doch nur wissen, wo du bist. Ja, kein Problem. So, wie viel Wasser hält denn der Wasserschlauch? Ich habe jetzt von drei Schalen was da reingetan und dann stand da 100%. Ich weiß aber nicht, ob das nicht vorher schon da stand. Ja, ja, okay, 100%. So, äh, schlafen? Nö. So. Wie nö. Ist noch nicht. Ist noch nicht. Können wir nicht. Ach, ja. Ja, ich habe mal. Achso, weil wir mitten in der Nacht in dem anderen geschlafen haben. Äh, wahrscheinlich... Wahrscheinlich. So, hier, pass auf, ich hätte hier noch einen Wassersammler anzubieten. Hast du noch vier Stäbe? Mhm. Dann kann ich... So. Kann ich nämlich demnächst auch wieder mal eine... Mir eine... Na. Dingens. Eine Dingens. Genau. Die kann ich mir dann auch mal holen. So. War so dunkel, dass ich hier nichts sehe. Ich freue mich ja jetzt schon tierisch auf, äh, die Höhlen. Ich mach dir mal Licht. Was nicht? Das sieht sehr gut aus. Ja, lüdeldeudeldei. Äh, da kommt wer gerannt? Nö. Was? Ich dachte, ich könnte wieder jemanden rennen sehen, aber war gar nicht. Wie viel fehlen denn da noch? Vier, ne? Äh, drei. Okay, ich hab hier zwei. War da noch einer? Nee, der hatte, glaube ich, vier und das war's. Okay, da kommt wieder irgendwas Großes. Okay. Ganz nach hinten. Ab ins Haus. Kann grad nicht so schnell. Eigentlich müsste ich was essen. Hm, Blaubeeren. Ich bin gerade total gespannt. Du hast Hunger, finde ich, etwas zu essen. Ja, ja. Was haben wir denn hier noch suchen? Was kann man eigentlich damit machen? Ach, nee, ohne Blaubeeren. Jo. Sprengstoff, alles klar. Alkohol habe ich auch nicht wirklich viel. Finde ich auch ein bisschen... schade. Ich will... Ah, ich wollte mich nur an den Rand stellen. Und was passiert? Ich springe runter. Jedes Mal. Tarn mich mal ein bisschen. Oh ja, ich... Oh. Ja. Ja? Komm mal am besten ins Haus rein. Ich sehe eine... Ich sehe so eine... Ich bin im Haus. Was? Ah, hi. Ja, guck raus. Kannst du mal... Lieber nicht. Ich friere gerade ziemlich. Dann mach doch Feuer. Ja, das reicht. Was kann ich denn dafür, wenn du frierst? Also. Ja, ist klar. Guck, wenn du aus dem Fenster guckst, siehst du beide. Oh ja, was wollen die denn? Ja, das frage ich mich auch. Einmal so ein komischer Gesichtstentakel-Typ und hier unsere... Unsere Spinnen-Lady. Hm. Doch, esse ich mal ein paar Heidelbeeren. Ich kann noch das machen. Ich kann keine Brandpfeile machen. Was braucht man für Brandpfeile nochmal? Stoff. Ah, okay. Was machen die denn da? Haben sie sich da festgebacken? Toll, es gibt vergiftete Pfeile. Dafür braucht man die anderen... Okay, dafür braucht man die... Ja. Dafür braucht man auf jeden Fall irgendwie die anderen... Ach, sag schon. Bären. Die anderen Bären. Genau. Macht man dafür einen zweiten Beutel, oder wie? Nö, du kannst in dem Beutel alle drei Bären sammeln, glaube ich. Ach so. Wir können immer noch nicht schlafen. Im Dunkeln will ich echt nicht mit denen kämpfen. Ich könnte sie versuchen, von unserem Lager wegzulocken. Ach, wofür? Solange die da draußen, dann tun die ja erstmal nichts. Deine Rüstung voll? Ja. Okay. Ja. Und wir müssen daran denken, wenn wir sie besiegen... Ich habe 20 Pfeile. Dann müssen wir die Köpfe holen. Dann auf jeden Fall direkt... ...die Köpfe einsammeln. Du hast 20? Ja. Ich habe 21. Okay. Ich glaube, die sehen uns hier drin aber nicht, oder? Ich glaube auch nicht, dass die uns hier drin sehen. Können wir denn endlich schlafen, Mann? Takes forever. Das Gute ist, in den Höhlen müssen wir nicht unbedingt schlafen. Ich hoffe, nur da sehen wir was. Nee, für die Höhlen müssen wir uns auf jeden Fall noch einen Stockbeutel machen. Wie, noch einen Stockbeutel? Ich habe einen Stockbeutel. Ja, ich habe noch keinen Stockbeutel. Was braucht man für einen Stockbeutel? Dann mach dir doch mal einen. Ja, ich habe doch... Was braucht man denn dafür? Kannst du mit... Nein, mit Wildschwein kannst du das nicht. Mit Hasen? Achso, warte mal. Ich kann jetzt einen Köcher machen. Das ist viel cooler. Köcher? Berry Welt. Jetzt kann ich mich mehr davon machen. Mehr Pfeile? Tarnrüstung? Wir können schlafen. Warte doch mal. Was habe ich denn... Wie habe ich denn einen Stockbeutel gemacht? Klar. Da klopft du übrigens ein Baby an unsere Tür, glaube ich. Nee, ich glaube, das Baby ist unter unser Haus geschwommen. Ach du Scheiße. Guck mal, da draußen sind lauter Babys, die da rumschwubbeln. Wir haben die zwei gemacht, deswegen sind die da so rumge... Wo sind die denn? Ach da. Da ist eins. Und die hat herbeigeflogen. Bin noch eins? Nee, ich sehe gerade keine weiteren. Hä? Was muss man denn hier machen, um den Kopf zu kriegen? Nee, ich glaube, bei denen geht das nicht. Doch. Nein. Eigentlich schon. Bist du sicher? Habe ich so in Internet gelesen. Okay. Oder geguckt, eher gesagt. Jetzt habe ich ja noch nicht getroffen. Ha! Wie es du geht. Okay. Bäh. Ja. So. Tolle Haus-Dekoration haben wir da. Ja, das ist wunderschön. Das finde ich auch. Warum können wir keine pinken Flamencos oder so was davor haben? Flamencos? Flamencos. Pinke Flamenco-Tänzerinnen. Ähm. So. Ich habe mal reichlich Fleisch genommen. So. Groß, kleines Fleisch. So. Und. Oh. Was ist das für ein Geräusch? Was denn? Gibt es hier Kühe? Äh. Eigentlich nicht. Was macht dann Mäh? War Mäh? Ich glaube, ein Mäh gehört. Da bin ich überfragt, was Mäh macht. Ich habe gehört. Oh, ein Vögelchen auf der Hand. Oh. Oh. Und tschüss. So. Na, ich sehe, der lustige Baumfäller ist wieder unterwegs. Wer will lustige Baumfäller sehen? Du hast, ähm. Ja. Du hast eingepackt, sehe ich. Ja. Also ein bisschen. Ich kann noch mehr nehmen, aber... So. Ich habe auch eingepackt. So, ich müsste noch mal nach... ...Stöckchen gucken, ne? Na ja, am besten nach oben. Ich bin... ... ... ... ... ... ... Vielen Dank.